Die Braunschweiger gewannen bereits gestern den Erkenschwick, die Berliner, die Herthaner, heute in Köln gegen die Viktoria und zur gleichen Zeit, da mussten die Bremer in Bocholt auf den Prüfstand. Bocholt war gut gestartet, aber mittlerweile ist die Mannschaft auf den 14. Platz zurückgerutscht. Manfred Leszek informiert Sie. Überraschend gute Wetter- und Platzverhältnisse präsentierten sich am Bocholter Hünding und der Tabellenführer hier im Angriff, also in der dunklen Spielkleidung, war gewarnt durch die sensationelle Hinspiel-Niederlage. Ein Spiel, das Tempo hatte, schon in der ersten Viertelstunde und Kieselmann zum ersten Mal geprüft. Kieselmann, der für den Verletzten ferner im Bocholter Tor stand. Der FC Bocholt wollte seinem treuen Anhang beweisen, dass er besser ist als die Serie von sieben Niederlagen hintereinander in den letzten Spielen und hatte viel Ehrgeiz. Aber Routine bei Bremen. Reinders und überraschend und äußerst glücklich ein Selbsttor nach schon 17 Minuten 1-0-Führung für den Tabellenführer. Diese Szene noch einmal, der Schuss von Reinders, abgefälscht von Philipp. Dem direkten Gegenspieler von Kostete. Hier kommt der Schuss, unerreichbar für Kieselmann, glückliche 1-0-Führung. Und jetzt wollte man es doppelt wissen, beim Gastgeber kämpferisch stark, aber manchmal zu überhastet, vor allen Dingen beim Abschluss. Dagegen stand allerdings auch eine sehr clevere Bremer Abwehr, die so leicht nicht zu überwinden war. Die Bremer spielten zielstrebiger schon im Mittelfeld, ruhiger, gelassener und manchmal musste man auch bei Bocholt die sogenannte Notbremse ziehen, hier gegen Möhlmann, dem Bremer Mannschaftskapitän. Sie führten 1-0, einen besseren Start konnte der Gast aus Norddeutschland eigentlich nicht haben. Dann dieser Freistoß, ein fast K.O.-Schuss in der Mauer, Konchal, aus dem Hinterhalt, an den Pfosten. Das hätte gut und gerne das 2-0 sein können. Die Bocholter rannten viel, bis auf Ferner in bester Besetzung, auch die Bremer im Augenblick. Und dann Kostete, der wenig zeigte, aber wenn er an den Ball kam, brandgefährlich war. 1-0 für Bremen der Halbzeit stand vor etwa 6.000 Zuschauern, also ein guter Besuch. Es war auch ein gutes Wetter. Und dann Bremen nach dem Wechsel nach wie vor offensiv mit Bracht. Angelatte wiederkostete und Glück für Bocholt. Weder Kieselmann noch Philipp verletzten sich bei diesem Zusammenfall und konnten weitermachen. Dann Reinders, er wurde immer stärker neben Bracht und Fichtel herauswagen der Spieler bei Bremen. Und hier fehlte nicht viel, noch ist die Gefahr nicht beseitigt. Und wiederkostete, der kein Glück hatte bei seinen Aktionen. Dann Reinders, sein Gegenspieler Degen musste oft ihm nachlaufen, dann wieder Bracht. Aus dem Hinterhalt aber die Bremer, sie schossen auch schlecht, sie hatten kein Glück. Und Trainer Klötzer sah noch längst nicht beide Punkte in der Weserstadt. Fichtel, überragend, der Mann in der Abwehr und im Aufbau. Herrlicher Pass auf Konchal, der hat freien Raum, zieht ab und auch hier wäre Kieselmann fast geschlagen. Es war nach wie vor 1 zu 0 und Bocholt gab nicht auf. Montelet Freistoß. Bockenfeld, Kopfball und Burdenski reaktionsschnell und gut auf der Linie. Mit zunehmender Spielzeit mehr Physis bei Bremen. Reinders gegen Degen. Kieselmann, Nachschuss 2 zu 0, das war der Endstand. Auch noch einmal dieser Begegnung, das Ergebnis.